. Guten Tag Freunde. Ich bin ein Alman, aber ich bin Türkisch. Jetzt gibt es den Dönermann. Cory, gib mir den Dönerbeat. Ah, Text. Text war. Salat, das ist Döner, Hemengelio. Ratatatata, mach das Dönermesser. Ich halt es wie ein Königstetter. Scheiß auf euren Curry Ketchup und eure Kräuterbutter. Nimm die türkische Gewürzmische und es brennt in deinem Mund, als wärst du Feuerschnur. Und lässt dein Schweiß ausbrechen, so wie Freibadwetter. Da äckst du gleich mal besser und ganzen Eiranbecher. Ich geb ein paar Prozent als Familienrabatt, doch merk erst dann wie viel Cousins und Cousinen ich so ab. Egal, egal, verdien ich halt ein paar Falafel Taschen. Nix, doch macht dann richtig Plus, wenn Faribang auf Massephase ist. Dazu die Wetten auf die Super League. Doch ich werf Ulu Dardosen auf jeden, der nochmal fragt, ob's hier auch Gyros gibt. Ihr wollt Schussgeld haben, kommt durch mit 100 Mann. Ich hab nur Angst vor Gott und dem Gesundheitsamt. Ich pack nur Fleisch in die Taschen. Salat, schrumpf den Bizeps. Da könnt man ja gleich Beintraining machen. Hallo. Batschak Antraman Jassak. Teşekkürler.